Was genau haben Sie gesehen? Irgendwas hat uns verfolgt. Etwas so unfassbar grauenvolles hat man hier noch nie gesehen. Die Behörden sprechen schon vom Valentinstag-Massaker. Das kleine Städtchen Harmony wird von unerklärlichen Ereignissen heimgesucht. Kommt her, seht euch das hier mal an! Was ist das? Bereite dich vor. Lauf! Das erste Horror-Event. Was wollen Sie? In 3D, das die Grenzen der Kinoleinwand sprengt. My Bloody Valentine 3D. Nichts geht über einen 3D-Trip in die Hölle. Auf DVD und Blu-Ray-Disc. Die Hölle-Disc. Die Hölle-Disc. Das ist das?